Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück zu Among Us. Die anderen hören mich nicht. Hoffe ich doch hoffentlich. Und wir legen los. Bis gleich. Untertitelung des ZDF. Oh. Oh, zwei. Sagst du? Was? Ja, erzähl. Du hast reportet. Ich reportet. Außersehen. Aber rein zufällig sind zwei tot. Ja, wo warst du denn jetzt, als du reportet hast? Ich war in Navigation gewesen. Ich wollte da noch. Ey, Leute, ganz kurz. Wie soll er denn, wenn er das gar nicht gesehen hat, dass da eine Leiche ist, wie hat er dann reportet? Er ist nicht auf dem Wasser gegangen, das heißt, er steht auf der Leiche. Doch, du kannst auch so sehen, jetzt zwischen... Was? Ich bin irgendwie rechts, das habe ich heute schon öfters gehabt. Also, Tamso raus ins All, hätte ich mal gesagt, direkt mal pauschal. Nein, 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 nein. Der Report-Button deutet manchmal aus, bevor du die Leiche siehst. Also, wenn die um die Ecke liegt oder sowas, ist der trotzdem da, wo du noch nicht die Leiche siehst. Das ist Sass. War denn jemand bei dir, Tamso? Ich habe niemanden gesehen gehabt. Ich habe noch voll viele rechts gewesen, oder? Wo bist du denn überhaupt nicht? Also, es war in Navigation. Also, alle, die rechts am Anfang gelaufen sind, sind Sass. So, Anders, wer war jetzt gerade O2 oben ausmachen? Ich nicht. Ich stand daneben. Ich war gerade auf dem Weg dazu, ich bin unten bei Kommst gerade. Ich war auf jeden Fall hin. Losgehe war ich und Glau waren, glaube ich, im Electrical, oder? Ja, also, ich bin gerade Electrical rein, da kam auf jeden Fall Clay raus und noch einer, weiß nicht. Also, kann sein, ja. Ne, ich weiß nicht, ich bin nicht aus Electrical raus. Okay, also, Clay war drin und ich kam gerade rein und Clay kam auf das Electrical raus und noch einer kam mehr entgegen. Aber euch ist schon klar, dass zwei tot sind, ne? Ja, ja, aber das heißt... Äh, Alconaut müsste irgendwo rechts gestorben sein, der ist vor kurzem noch an ihm vorbeigelaufen. Also, hier war keiner und, ähm, das heißt, ich glaube, ist es dann wahrscheinlich Double Kill, äh, auf der rechten Seite gewesen. Und das heißt, alle, die am Anfang rechts gelaufen sind, sind Sass. Ne, bin ich nicht. Ich bin zuerst links rumgelaufen und dann unter Electrical durchzusporage und jetzt bin ich Kumpst. Ich war rechts, ich bin unten zur Electrical rüber, ja. Also, was, Onkel? Kio, Onkel und ich war noch keiner. Onkel, Kio und Sammy. Ja, ich hab's wirklich nur aus der Regen gedrückt, also. Titzel. Titzel. Das war's für heute. die märche sie bitte ja ich war auch rechts aber da waren fünf leute die 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 Telefonklingel Telefonklingel Emergency? Skips Ok, einer ist gestorben Klay ist gestorben Ich war in dem Webcam, so konnten wir nichts sehen Ok, ja Wo war Klay? Hat ihn einer gesehen? Nein, Aber hör doch ganz kurz zu Bitte. Alle waren Reactor Und als der Alert kam für reactor ist haben so in die gegengesetzte richtung gelaufen ich kam von der ich bin auch ich kam von elektrik und er ist nicht zum reaktor gelaufen erst richtung elektrik gelaufen nein deswegen habe ich bin da ich bin da gekommen ich brauche dann habe ich auch was komisches zu berichten an einer hashtag zum reaktor laufen sehen ich glaube der war am ende da der war eben gerade mädchen der war mit mir ich habe den scannen gemacht und dann bin ich kurz umgedreht weil ich muss sagen dass ich onkel ein bisschen verdächtig deswegen habe ich noch mal umgedreht und dann stand onkel aber auch schon hinter mir hat mich nicht übrigens dann waren wir alle beim in medic gesehen wie du da stehst und als ich dann vorbeigelaufen müssen zurückgelaufen dann wir sind beide nach links gelaufen also weil du vermutet haben so ja weil er weggelaufen ist als der alert war und nachdem der alert vorbei war kam er dann von unten angelaufen deswegen habe ich geguckt ob jemand tot ist ganz kurze frage mit wem hatte ich den reaktor gemacht gehabt dass ich reingelaufen bin einer war unten und ich habe gemacht war das schwarz ich war das weil ich war der erste drin wie gesagt haben wir vorbeigelaufen ich stand schon unten bereit und dann habe ich semi gesehen ich habe kio gesehen hashtag habe ich gesehen und bei allen anderen weiß nicht mehr genau ich war die zweite person die in reaktoren gemacht hat oder das ist ein schwarz für schlangen skippen warum so nicht nicht unbedingt skippen warum doch dann müssen die nun doppel machen und haben gewonnen ich gebe ich kann nicht so viel reden weil ich muss immer wieder die mühe taste drücken aus okay hier war gerade eben noch bei reaktor mit 2 und mir guck mal ich habe auch hast du gerade auch vielleicht eben das welt gesehen bei medbay bei medbay ich war ein kamera ja aber bis als ich gerade das fix wiring gemacht habe glaube ich gesehen zu haben wie man gewendet ist wo denn beim in medbay ist das land aufgegangen ist kein gesehen medbay war ist ein vent er dass ein vent aber ich bin noch nicht traurig wer ist es denn in der nähe von medbay ich nicht ich war in den cafeteria oben rechts download ja ich war ich war mit haben so unten in communication und bei den admin dann hochgegangen warte mal wo ist die leiche schön dass das auch mal gefragt wird die arme kio ich glaube die sitze im toten reich und denkt sich alle vergessen ja so wer war noch bei uns gerade aus der hashtag der ist an uns vorbeigelaufen aber keine ahnung ich war ganz am christmann ist es möglich dass ein self report ist ja ist es möglich ist aber möglich ist es aber er war gerade bei uns er hätte mich oder weit töten können und ich hätte nicht gesehen wer aber zu auffällig gewesen weil weiter gemerkt oder den einer kamera also also es ist auf jeden fall jemand gewendet ich habe den band aufgehen sehen aber man sieht leider nicht mehr also ich bin ich hatte diesen typischen moment ich komme eine leiche wer war mit wem zusammen ich habe also geboge in armen raum und ich bin oben rechts sind also der download task eins von beiden ist es 4 3 ich denke ich bin boogie das ist mir auch schon passiert heute aber BELL RINGS Oh, Sammy, ich wollte die ganze Zeit, dass du drückst. Warum? Also, ich bin mir relativ sicher mittlerweile, glaube ich, dass es Hashtag ist. Ich habe mir nur eine letzte Runde nicht voten können, weil mir die Zeit einfach gefehlt hat. Okay, mich ruhig. Ich habe jetzt nichts gesehen. Ich wollte nur wissen, ob jemand tot ist. Also, ja, es ist jemand gestorben. Weil der Tag fast beendet ist. Uncle ist tot. Du hast gestorben. Äh, halt, Stopp, Moment. Du hast doch jetzt nicht oben den Backen gedrückt. Da waren wir gerade erst. Du hast eine Leiche reported. Du hast eine Leiche reported. Du hast einen Self-Report, Junge. Du hast das so hart aus, Digga. Das war so eine Scheiße, Digga. Warte mal. Er sagt, er hat, er weiß jetzt nicht, was los ist, aber da stand doch Dead Body, oder nicht? Ja. Und gerade eben hat er gefettfingert. Ich war da oben bei euch in der Cafeteria gewesen. Lacht da eine Leiche? Was? Ey, in der Amso, Bruder. Ey, lacht da eine Leiche? Ich bin jetzt gerade total krass, Alter. Ich war doch gerade mit Sammy und White. Warte, wenn wir jetzt echt falsch fliegen, dann haben wir verloren, ne? Warte mal, ja, was war das? Wir sind gerade richtig dumm. Wir sind gerade richtig dumm, Junge. Stimme gebrauchen müssen. Wir sind zu früh gerotet, um ehrlich zu sein. Egal. Tamso, entscheide dich, was du jetzt machst, weil es ist eh egal. Tschüss, Spaß. Warte mal, da stand doch Dead Body, oder nicht? Oder bin ich komplett behindert? Ja, anscheinend. So, moin. So, jetzt wollen wir uns mal unterhalten, oder was? Ja. Schade, dass keiner tot ist. Also, ich kann schon mal safe sagen, why und ich sind es nicht. Ja. Weil wir jetzt die letzten drei Runden wirklich zusammen geliefen. Hashtag wurde schon öfter verdächtig und von Jiko habe ich wenig gehört. Ich bin gerade in Comsofieren, falls irgendjemand jubelt. Ja, und der Hashtag steht gerade am Emergency Button rum. Ich habe eigentlich nur gewartet, dass die letzte Quest die ganze Zeit abgewandert wird. Und kurz bevor du gekommen bist, habe ich mir gedacht, scheiße, jetzt musst du eigentlich drücken. Du musst drücken, du musst drücken. Warum hast du nicht gedrückt? Weil ich mir die ganze Zeit gehofft habe, dass irgendjemand diese letzte Quest macht. Was für eine letzte Quest? Ich habe noch eine Quest, ja. Also, ohne dass du jetzt sagst, wie viele Quests dir fehlen. Der Balken sagt, es fehlt nicht mehr viel. Es kann nur noch eine Quest sein. Und ich hoffe die ganze Zeit, dass die durchgeht. Ich hätte dir nur noch fünf Sekunden gegeben, dann hätte ich die Button gedrückt. Ja, und wozu? Also, wenn wir jetzt skippen, dann gewinnen wir. Ja, klar. Aber es muss nicht sein. Und wenn, why? Du musst die letzte Quest machen, ne? Wenn du gekillt wirst, dann reporten wir die Leiche nicht. Wir lassen dich einfach als Geist ganz schnell deine Quest fertig machen. Und dann haben wir gewonnen. Wir können nur noch gewinnen. Two night, Chico. Entschuldige. Das heißt, du tötest mich? Ich habe auch immer guten night, Chico. Oh fuck. Uff. Das heißt, du tötest mich. Ich habe wiedertu, Ich habe auch immer gut gemacht. ... ... ... ... ... Hashtag war's gut? Nein, 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 ich höre ich das. Ey, Tamso, Bruder, du hast so wenig gemacht. Du siehst so zelb, ... oft genug ... äh, reported gefühlt. Ey, du warst so suspekt, ... wär ich im Po- äh, nicht der Poster gewesen, ... ich hätt so safe dich beim zweiten Mal schon rausgevortet. Ja, Frau, erste Runde, ich glaub, ganz neben dir, ich seh die Tür, ... geh' mir zu, ich hab mich schon genügt, das. Hahaha Also, blow was, ja? Ja, ich würde es.